Die Wesen der Nacht Wesen der Nacht werden viele beschrieben, aber heute soll es nur um zwei dieser Gestalten, die in zahlreichen alten Sagen beschrieben werden gehen. In alten Sagen wird oft vom Alp, von der Truth oder dem Nachtmar berichtet, der sich des Nachts auf die Brust der Schlafenden legt und ihm die Luft zum Atmen nimmt. Die wohl älteste Bezeichnung für diese Erscheinung ist Mar oder Nachtmar. Man beschrieb ihn oft als boshaft neckenden Geist und erst durch Martin Luther wurde die Bezeichnung Mar mehr und mehr verdrängt, bis später die allgemein übliche Bezeichnung Nachtalp übrig blieb. Bei den Griechen wurde er Ephialtes und bei den Römern Inkubus genannt. Andere örtliche Bezeichnungen sind Drude oder Truth in Bayern, Stempe in Tirol, Schrettele oder Retzel in Schwaben, Togeli im Elsass oder Waldriderske in Oldenburg. Es handelt sich bei dem Alp wieder einmal um ein Wesen, welches wir in vielen Regionen finden können. Schützen soll man sich angeblich können, indem man sämtliche Löcher und Ritzen verstopft, zum Beispiel Schlüssellöcher, aber auch Kreuze oder ein Messer unter dem Kopfkissen und auch Pflanzen wie zum Beispiel der Dürrwurz oder der Allermannsharnisch sollen helfen, ihn abzuhalten. Ich habe euch ja schon einmal erzählt, dass zwei meiner Vorfahren alte Sagen und unheimliche Erlebnisse gesammelt haben, und das zu einer Zeit, in der es noch nicht einmal elektrisches Licht gab oder ein Auto. Und so schreibt einer der beiden von einer Reise ins Kollberger Land im Jahre 1823. Er sammelte ja alte Sagen und Legenden und so kam er auf seiner Reise auch zu einigen Erzählungen oder Erlebnissen von den Menschen aus diesen Gebieten. Meist waren diese damals noch in dem Glauben, dass es sich hierbei um die Rache anderer handelte, zum Beispiel dem neidvollen Nachbarn. Und dieser hätte sich dann die Hilfe eines Zauberkundigen oder gar einer Hexe geholt, damit man ihn verhexen oder heimsuchen kann. Und so ist aus dieser Zeit ein Bericht über das Erscheinen des Mars oder des Alps erhalten, aus der Region um Kolberg-Körlin, welche im heutigen Polen liegt. Dort lebte ein Ehepaar, welches einen Hof bewirtschaftete, auf dem mehrere Generationen lebten. Der Mann war Bäcker und versorgte die dörfliche Gemeinschaft mit Brot und anderen Backwaren. Er litt schon sehr lange am keuchenden Atem. Also ich nehme an, er wird eine Art Asthma oder Bäcker-Asthma gehabt haben und es pfiff und keuchte in manchen Nächten arg in seiner Brust. Eines Nachts, die Eheleute schliefen tief und fest, keuchte er wohl so laut, dass seine Frau davon erwachte. Sie drehte sich zu ihm um und erblickte über ihm im Schein des dahinterliegenden Fensters einen schwarzen, großen Schatten. Sie wollte ihren Arm ausstrecken, um ihn zu rütteln und zu wecken, aber sie war unfähig, auch nur einen einzigen Finger zu rühren. Mit großer Angst konnte sie den Blick von diesem Schatten nicht abwenden und er zeichnete sich immer deutlicher, als ihr Auge sich an die Dunkelheit gewöhnte für sie ab. Ein buckliges, schwarzes, großes Wesen saß da auf ihrem Manne und sie bemühte sich immer wieder, sich zu bewegen. Und dann gelang es ihr. Sie rollte sich wohl aus dem Bette und rannte aus der Tür, um ein Licht zu holen. Und als sie damit wieder in den Schlafraum kam, sah sie, wie sich dieses Wesen mit den großen Händen das Gesicht schirmte gegen das Licht. Und sie schrie diesem Ding mutig zu, dass es zur Hölle fahren solle, und es schwebte vor ihren Augen zur Zimmerdecke hinauf und löste sich dort einfach auf. Der Atem des Mannes rang laut nach Luft und er saß in seinem Bette und hielt sich den Hals. Sie kamen beide nicht mehr in den Schlaf und so verließen sie das Haus, um dass ihr Mann an der frischen Luft wieder zu normalem Atem kommen konnte. Er berichtete, dass er sich dieser Gestalt nicht erwehren konnte, so sehr er sich auch bemühte, er konnte sie nicht abschütteln und er konnte sich nicht bewegen. Aus dieser Angst heraus wurden dann Kreuze unter die Kissen gelegt und an den Wänden aufgehangen, um nie wieder diesen Teufel erblicken zu müssen. Ja, und die nächsten beiden sind wohl jedem bekannt. Die Brüder Jakob und Willem Grimm beschäftigten sich auch in ihrem deutschen Sagenbuch mit dem Alb. Und sie schilderten Folgendes. Wenn gleich vor den Alpen Fenster und Türen verschlossen werden, so können sie durch die kleinsten Löcher doch hereinkommen, welche sie mit sonderlicher Lust aufsuchen. Man kann in der Stille der Nacht das Geräusch hören, welches sie dabei an der Wand machen. So steht man nun geschwind auf und verstopft das Loch. Doch so müssen sie bleiben, können auch nicht von dannen, selbst wenn die Tür oder Tor geöffnet werden. Man muss ihnen hierauf ein Versprechen abnehmen, dass sie diesen Ort niemals wieder besuchen wollen, bevor man sie in Freiheit setzt. Sie haben bei solchen Gelegenheiten erbärmlich geklagt. Der Truth oder Alb kommt oft von sehr weit her, bei seinen nächtlichen Besuchen. Einstmals sind Hirten mitten in der Nacht im Felde gewesen und haben nicht weit von einem Wasser ihre Herden gewartet. Da kam ein Alb. Er stieg in den Kahn, löste ihn vom Ufer ab und ruderte mit einer selbst mitgebrachten Schwinge hinüber, steigt alsdann aus, befestigt den Kahn jenseits und verfolgt seinen Weg. Nach einer Weile kehrte er zurück und ruderte wieder hernüber. Die Hirten aber, nachdem sie solches mehrere Nächte beobachteten und es geschehen lassen, beredeten sich, diesen Kahn wegzunehmen. Wie nun der Alb wiederkam, so hebt er kläglich an zu winseln und droht den Hirten, den Kahn gleich herüberzuschaffen, wenn sie Frieden haben wollten, welches sie dann auch tun müssen. Jemand legte sich, um den Alb abzuhalten, eine Hechel auf den Leib. Der Alb drehte sie gleich um und drückte ihm diese Spitz in den Leib. Ein besseres Mittel ist es, die Schuhe vor dem Bett umzukehren, also dass die Hacken das Spannbett am nächsten bei sich haben. Wenn er drückt und man kann den Daumen in die Hand bringen, so muss er weichen. Nachts reitet er oft die Pferde, sodass man ihnen morgens anmerkt, wie sie abgemattet sind. Mit Pferdeköpfen kann ja auch vertrieben werden. Wer vor dem Schlafengehen seinen Stuhl nicht versetzt, den reitet der Mar des Nachts. Gerne machen sie den Leuten Weichselzöpfe, Schrötleinszöpfe oder Marenflechten genannt, indem sie das Haar saugen und verflechten. Wenn die Mume ein Kind wickelt, muss sie ein Kreuz machen und einen Zipfel aufschlagen, sonst windelt es der Alb noch einmal. Sagt man zu einem drückenden Alb, komm morgen, so will ich borgen, weicht er als Wald und kommt am anderen Morgen in Gestalt eines Menschen, um etwas zu borgen. Oder ruft man ihm nach, komm morgen und trink mit mir, so muss derjenige kommen, der ihn gesandt hat. So konnte man dann auch den Verursacher des Ganzen ausmachen. Nach Praetorius stoßen die Augenbrauen des Mars in gleichen Linien zusammen. Andere erzählen, dass Leute, denen die Augenbrauen auf der Stirne zusammengewachsen sind, anderen, wenn sie Zorn oder Hass auf sie haben, den Alb mit bloßen Gedanken ausschicken können. Es kommt dann aus der Augenbraue etwas heraus, was aussieht wie ein kleiner, weißer Schmetterling und setzt sich auf die Brust des anderen Schlafenden. Aber es gibt ja noch mehr Wesen der Nacht, wie zum Beispiel den Wehrwolf. Und über ihn hat Ludwig Bechstein in seinem deutschen Sagenbuch von 1853 geschrieben, viel weiß des Volkes Glaube und Aberglaube an den Ostseeküsten und dann weit hinab und hinauf in West- und Ostpreußen, in Litauen und bis nach Polen hinein, ja bis Serbien, Bosnien und der Türkei, von dämonischen Wesen zu erzählen und ließen sich davon alleine ganze Bücher füllen. Der Wehrwolf ist gedacht als ein Mensch, der durch Zaubermittel sich zur Nachtzeit in ein reißendes Tier insgeheim in einen Wolf verwandelt und Menschen und Vieh anfällt, um ihnen das Blut warm aus dem Herzen zu saugen. Was der Wehrwolf so im Freien und an Wachenden übt, das tut der Vampir in den Gemächern an den Schlafenden. Der Wehrwolf wandelt noch unter den Lebenden. Der Vampir ist ein Abgeschiedener, der seinem Grabe entsteigt und die Menschen wirkt. Das ist beider Gemeinsames und Besonderes, aber die Verwandtschaft ist noch enger begründet. Stirbt nämlich ein Wehrwolf, dann wird auch er ein Vampir und kehrt mordend aus dem Grabe wieder mit nie gestilltem Durst nach dem Blute der Lebendigen zurück. Ein Jäger aus Danzig beginnt abends sein Revier und sah sich plötzlich von einem ungewöhnlich großen Wolf angefallen. Da er aber nicht unvorbereitet war, so schoss er und seine Kugel zerschlug dem Wolf den rechten Vorderfuß. Mit lautem Geheul ergriff der Wolf hinkend und die Flucht. Der Jäger aber folgte seiner Spur und nachdem er von neuem seine Büchse geladen hat, denn er wollte sich im Besitz des schönen Wolfspelzes setzen, und die Spur leitete ihn bis zu einer Hütte im Wald und in diese hinein. Da fand er eine Frau und einen Mann und die Frau verband des Mannes rechte Hand, die von einer Kugel zerschmettert war. Der Jäger zeigte diese Sache an und der Mann ward eingezogen, bekannte, dass er ein Wehrwolf sei und wurde lebendig verbrannt. Auch im Dorfe Grabau nahe bei Danzig nach der Küste zu begann einmal vor noch nicht allzu langer Zeit ein allgemeines Sterben und besonders wurden Jungfrauen in der Blüte ihres Lebens hingerafft. Und jede so schnell Gestorbene hatte am Herzen ein kleines Wundmal. Da fielen endlich die Dorfältesten auf den Gedanken, es möge sich wohl um einen Vampir auf dem Kirchhof handeln und ließen alle Gräber und Särge öffnen. Da fand sich auch ein Leichnam. Der war nicht verwest, gleich den anderen, sondern Nägel und Bartha waren ihm frisch gewachsen und an seinen Lippen zeigte sich die Spur frischen Blutes. Das Haupt des Toten wurde mittels eines Grabscheites vom Körper abgestoßen und das Herz wurde gepfählt. Danach wurde er zu Asche verbrannt. Dann hörte das Sterben auf. Vorherzog Albert in Preußen wurde einst von den Bauern ein Gefangener gebracht und beschuldigt, derselbe sei ein Wehrwolf. Da befahl dieser Herzog, ihn genau zu beobachten und ob und wie er sich in einen Wolf verwandle. Und der Gefangene gestand ohne Zwang, er werde alljährlich um das Johannesfest und um Weihnachten ganz wild. Es wüchsen ihm unter großen Schmerzen Wolfshaare und er bekomme einen heftigen, unbändigen Trieb, Menschen und Tiere zu zerfleischen. Daher mochte er wohl den Bauern einige Enten und Gänse, vielleicht auch Schafe zerrissen haben. Eine Verwandlung des Gefangenen konnte aber nicht beobachtet werden. In Liefland, welches eine Bezeichnung des südlichen Estlands ist, wissen die Leute zu erzählen, dass, wenn die Christnacht vorüber ist, ein hinkender Junge durch die Orte gehe und die Bösen zusammenrufe, wie der Hirte, seine Herde und ein anderer langer Mann, haue die Säumigen, die nicht folgen wollen, grausam mit einer Draht- oder Stachelgeißel und treibe sie mit Zwang von hinnen. Dann, indem sie diesem Hirten folgen, nehmen sie die Wolfsgestalt an und fallen in die Herden, wo sie derer finden können. Aber Menschen dürfen sie nicht verletzen. Fließende Wasser teilt der Führer dieses Wehrwolfsheeres mit seiner Rute oder Geißel, sodass sie trockenen Fußes hindurchgehen können. Solch ein Spuk dauert nur, solange die zwölf Nächte wären, vom ersten Christtag bis zum Heiligen Dreikönigstage oder dem großen Neujahrstag. Dann legen jene schrecklichen Ungetüme ihre Wehrwolfsgestalt ab und werden wieder in Menschen verwandelt. In Wittlich in Rheinland-Pfalz flackert seit sehr vielen Jahren in einem kleinen Prozessionshäuschen mit dem Bildnis der Maria ein kleines Licht. Dieses darf nie erlöschen, denn dann würde das Monster erwachen, welches die Orte Moorbach und Wittlich im frühen 19. Jahrhundert in Angst und Schrecken versetzte. Bei diesem Monster soll es sich um einen Wehrwolf handeln und man vermutet, dass es sich dabei um den Deserteur der napoleonischen Armee mit Namen Thomas Johannes Baptist Schwitzer handeln soll. Auf seinem Weg nach Frankreich soll er eine Bauersfamilie ausgeraubt und getötet haben und kurz vor dem Mord an der Bauersfrau soll diese ihn verflucht haben. Und nun müsse er bei jedem Vollmond als Wehrwolf durch die Wälder streifen. Nachdem er viele Jahre in der Gegend seinen Unwesen trieb, wurde er schließlich bei Wittlich erledigt und an seinem Sterbeort wurde dieses kleine Heiligenhäuschen errichtet, in dem immer eine Kerze brennen muss, um ihn zu bannen. Es soll sich im Jahre 1988 an einem nebligen Herbsttag mit kräftigem Vollmond ein kleiner Trupp amerikanischer Soldaten auf dem Weg von der Luftwaffenbasis Hahn zu ihrem Posten nach Moabach aufgemacht haben, wo sie ein Munitionsdepot bewachen sollten. Als diese Truppen an dem Heiligenhäuschen vorbeikamen, soll das Licht, welches dieses erhellte, erloschen gewesen sein. Die Wachsoldaten machten sich darüber wohl keine Gedanken, aber kurze Zeit später, als sie im Munitionslager waren, lösten die Sensoren der kilometerlangen Umzäunung plötzlich Alarm aus. Als die Sicherheitsleute diese Stelle erreichten, von der aus der Alarm ausgelöst wurde, sahen sie eine knapp zwei Meter große Gestalt, die aussah wie ein Wolf, welcher sich auf zwei Beinen bewegte. Einer der Sicherheitsleute brüllte, Halt, sie nähern sich dem Gelände der US Army, geben sie sich zu erkennen, oder wir machen von der Schusswaffe Gebrauch. Es war totenstill. Es kam keine Antwort. Aber dann geschah es. Das Ding lief plötzlich in Richtung eines Wachmannes, wie dieser später berichtete, und dieser schrie es an, stehen zu bleiben, mit der Androhung von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Daraufhin erklang aus dem Wald ein fürchterlicher Schrei und er hörte sich angehört, als würde eine Frau in Todesangst schreien. Darauf machten sich einige Soldaten und ein Suchhund auf in Richtung Wald. Kurz vor dem Dickicht hat dann der Hund den Schwanz eingezogen und sich keinen einzigen Meter mehr bewegt. Nach der Veröffentlichung dieses Vorfalls meldete sich noch ein weiterer Soldat, der dieses Monsterwesen auch gesehen hatte. Ja, noch heute brennt in diesem heiligen Häuschen eine Kerze und niemand traut, sich diese auszublasen. Ja, und nun seid ihr gefragt, könnte an diesen Geschichten etwas dran sein? Mein Vorfahre hielt damals noch fest, dass die Geschichte der Bauersleute aus Kolberg-Körlin mit solch einer Überzeugung vorgetragen worden sei, dass man keine Zweifel an der Wahrheit der gesprochenen Worte hegen konnte. Also könnte da tatsächlich etwas dran sein? Oder was ist mit dem Wehrwolf bei Wittlich? Meint ihr, diese Geschichte ist wahr? Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben würdet. Ja, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. MUSIC Untertitelung des ZDF, 2020